Das Ausbildungszentrum Bergler hat die Hauptschwerpunkte im Bereich medizinische Masseure, Heilmasseure, Fortbildungen für Physiotherapeuten. Das ist die erste Schiene. Die zweite Schiene ist alles, was mit Pflegeberufen zu tun hat, Pflegeassistenz, medizinische Berufe für Assistenz. Und die dritte Schiene ist alles, was mit Kosmetik und mit Fußpflege und dergleichen zu tun hat. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele staatliche Ausbildungen mit einzubringen. Das heißt, dass der Schüler immer irgendwo eine Basis hat, die staatlich anerkannt ist. Die Zielgruppe ist von 17 Jahren bis 55 Jahre von Hausmann, Hausfrau bis zum Akademiker. Es geht im Grunde genommen darum, ob der Schüler Interesse an Arbeiten an Menschen hat, an soziale Kompetenzen mitbringen kann. Das sind die wichtigsten Dinge, die man braucht für die Ausbildung. Die Schüler müssen mindestens 17 Jahre alt sein, weil wir spezialisiert sind auf staatliche Ausbildungen und bei staatlichen Ausbildungen ist es notwendig, dass man vom Gesetz her 17 Jahre alt ist. Und daraufhin kommt es nur darauf an, ob man sich vorstellen kann, dass man im Bereich Menschenarbeit, Zusammenarbeit und dergleichen eine Freude daran hat. Wir bieten grundsätzlich Ausbildungen an, die von einem Tag bis zu zwei Jahren stattfinden. Ein Tag, da ist es nicht so besonders wichtig, dass man jetzt großartige Vorkenntnisse hat, sondern da ist es wesentlich, dass man eine Freude an der Sache hat. Zum Beispiel bieten wir Ausbildungen für den Alltag an. Das heißt, dass man massieren für zu Hause bis hin zu staatlich geprüften medizinischen Masseuren, Heilmasseuren und Ausbildungen für die Pflegeassistenz und medizinische Assistenzberufe und dergleichen. Die Ausbildung schließt ab mit einem Zertifikat, dass ich die Ausbildung besucht habe, bis hin zu den staatlichen Ausbildungen, die mit Diplomen oder mit Zeugnissen abschließen. Das heißt, man bekommt je nachdem, für welche Ausbildung ich mich entscheide, bekommt man die unterschiedlichen Zertifikate, die auch dementsprechend anerkannt sind. Für Ausbildungen im Gesundheitssektor gibt es keine richtigen oder falschen Wege. Es gibt einfach unterschiedliche Wege. Sehr, sehr oft werden entweder Wege betritten, die eher mehr sehr oder sehr, sehr in das Schulmedizinische hineingehen oder auf der anderen Seite genau das Gegenteil, die sehr, sehr in das Esoterische hineingeht. Und uns ist es wichtig, dass wir beide Sachen verbinden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite staatliche Ausbildungen, die dementsprechend auch international, soweit es möglich ist, anerkannt werden, die sehr, sehr schulmedizinisch aufgebaut sind. Und auf der anderen Seite ist es uns auch wichtig, dass wir auch die Intuition und das Spüren und das Fühlen mitbringen. Man kann das ähnlich vergleichen mit dem Erlernen eines Instruments. Man lernt zuerst, lernt man einmal Noten und die Tonleiter. Das ist zwar mühsam, aber hinterher kann ich dann zum Improvisieren anfangen. Und genau das wollen wir hinüberbringen. Wir wollen zuerst haben, dass die Leute lernen, wie man spielt, wie man ein Instrument spielt, wie man mit den Menschen arbeitet. Und hinterher kann man dann intuitiv zum Arbeiten anfangen.